Du bist Autofahrer und hast das Lenkrad nicht nur zum Bizeps teilen? Dann bist du hier bei Feuerwehrwilli genau richtig. Feuerwehrwilli hat auch eine Info für dich, auch wenn du nicht bei der Feuerwehr bist. Gerade für dich. Es geht um die Rettungsgasse. Und wenn du weißt, du fährst auf der Autobahn oder auf der Schnellstraße oder auf der Landstraße und da ist auf einmal ein Stau, der da nicht hingehört, denk nicht mit. Mach es einfach richtig. Zeig, dass du dein Lenkrad beherrschst und mach mal eine coole Aktion und fahr mal zur Seite. Wohin? Nachwegs in eine Richtung aussuchen und ich helfe dir jetzt gleich welche. Wenn du diese Richtung, wenn du drei Spuren Autobahn noch hast. Drei Spuren. Eins, zwei, drei. Und in welche Richtung fährst du? In diese, auf mich zu. Und angenommen, du fährst ganz links auf der Spur, dann fährst du natürlich zur linken Seite und die anderen fahren nach da. Hier ist die Rettungsgasse, mein Freund. Ob nun vier Spuren, fünf Spuren und nur zwei Spuren. Hier ist die Rettungsgasse. Deine Hand zeigst dir. Die hat es begriffen. Jetzt zeigst du auch, dass du ein richtig geiler Autofahrer bist und sag nicht, da vorne ist doch nichts. Fahr zur Seite, sonst komme ich dich besuchen, mein Freund. Und die dabei essen mir kein Eis. Das verspreche ich dir. Dann mach es richtig. Fahr zur Seite und sei kein schlechter Autofahrer. Okay? Weil das würde ich richtig geil finden. Dann brauchen wir auch nicht mehr darüber reden, was war. Wir gucken jetzt nur nach vorne. Und die nach vorne heißt, zur Seite fahren, mein Freund. Hier ist die Rettungsgasse. Und hilft auch anderen, das mitzuteilen, dass es bei denen auch läuft. Es ist keine Schande, wenn man es nicht wusste. Es ist nur eine Schande, wenn es so bleibt. Also fahr vernünftig, nicht mein Freund. Sauber. Feuerwehr Willi ist ab heute dein Freund. Weißt Bescheid?